vieles ist möglich wenn leute zusammenkommen und eine sache gemeinsam anpacken das durften wir hier wieder erleben in den letzten wochen pastor benny war mit einem team bei uns gewesen ein team aus der research church und auch ein team aus der hub kirche und wir durften wirklich sehen wie sie sich in vielen verschiedenen plätzen hier wunderbar haben mit einbringen können in der küche auf dem bau im einsatz wo wir katastrophenarbeit geleistet haben in den slums in tondo so waren verschiedene möglichkeiten einfach hier gegeben wo sie mit anpacken konnten für uns ist das ein riesengroßes geschenk wenn leute einfach sich mit einbringen in den verschiedenen plätzen wir danken wirklich dem team dass sie bei uns waren danken auch dass sich mit eingebracht haben mit der zeit und vielleicht lässt ja auch du dich eines tages auch mal mit deiner gemeinde begeistern hier bei uns mit vorbei zu kommen sachen mit anzupacken vieles muss noch ja umgesetzt werden viele dinge haben wir noch vor die wir alleine nicht schaffen vielleicht lässt ja auch du dich mit begeistern mit dabei zu sein danke dir